Ja, das liegt an dem russischen Skill, das hier runde läuft. Was? Die cheaten auch. Das sind Polen. Die sind gleich wie den Russen die nächsten Cheater. Dann kommen schon die Deutschen. Leute wie Mischa und Shadow. Was denn? Wieso zeigst du denn eigentlich nicht? Hm. So ein PC im Arsch. Schöner gesagt. Hm, die sind aus dem Mini und ich weiß noch was für ein anderer.